So, das war's fürs Erste aus Stuttgart. Jetzt wird heimgefahren, dann zeige ich euch noch ein paar schöne Fahrtbilder und melde mich irgendwann wieder. Jetzt fahren wir am Milaneiro vorbei, Deutschlands größtes Einkaufszentrum. Ich glaube aus drei oder fünf riesigen Gebäudekomplexen ist es schon da. Leute, wenn ihr in Stuttgart Auto fahrt, dann haltet euch an jedes Tempo, denn wir über die Stadt ist gespickt mit Pützern. Stadt und Vorfeld. Musik Das heißt, Deutschland steht für FUN. So, das ist jetzt mein viertes Video erklärt und weil heute, wie gesagt noch nicht so viele gebrochen war, hab ich mir gedacht, nehm ich euch mal mit zum Sport. Nice. Alter. Servus. Tschüss. Äh, aber warum machst du nicht mit der Innenkamera? Was? Am Sprung? Fastpunkt-Landung. Ja, aber warum? Das ist nicht besonderes. Das ist nicht passiert. Was? Was? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Cool.